Im Garten von Benni Nussbaumer und seiner langjährigen Lebenspartnerin Jeannette Sauter herrscht munteres Treiben. Es werden Stoffe ausgesucht, aus denen dereinst Schuluniformen genäht werden. Alle sind vom Fach. Ich bin einem guten Babo, dem vertraue ich fast blind. Das kenne ich schon lange. Aber die anderen, die da reinschnurren, Entschuldigung, meinen es nur gut. Aber es gibt ein bisschen Unterhaltung in das ganze Thema. Die togolesische Lebensfreude zieht Benni an. Jeannette ist hier geboren, doch zu Hause fühlt sie sich in der Schweiz. Von Mut, Zuversicht, positiven Denken und dem Wunsch, etwas Gutes tun zu wollen, davon handelt dieser Film. Anfangsjahr in Zürich. Bei Minustemperaturen treffen sich Jeannette und Benni mit den Einwohnern einer Liegenschaft. Es ist eine Überraschungsparty zum Abschied vom langjährigen Hauswarzpaar. Beide gehen in Pension. Eine Anerkennung für die geleisteten Dienste. Doch es gibt noch einen obendrauf. Spontan wird eine Sammelbox aufgestellt. Die Mieter spenden für ein Schulhausprojekt von Benni, Bennis Bruder Richi und Janett. Es freut mich, mit allen ein bisschen zu feiern und zusammen auf die Schule Belle Etoile in Togo anzustossen. Das freut mich wirklich sehr. Und dann eben bis nächsten Frühjahrung, im Sommer, rinne. Ich will mich dann mal revanchieren für alles hier. Danke vielmals. Ich habe auch nicht aus dem Manko. Ich habe auch aus dem Manko. Ich habe ja gesehen, was alles Platz im Koffer hat. Ja, ja. Ich habe eine Musik ausgelassen. Das ist so, ja, das ist so geil. Musik Zurück in Lome. In der togolesischen Hauptstadt weckt der Muezzin die Bewohner im Quartier mit dem Magengebet. Um den Baufortschritt des Schulhauses vor Ort begutachten zu können, sind Benni und Jeannette nach Togo gereist. Die ersten acht Monate leitete Jeannette die Bauarbeiten von Zürich aus. Ihr Telefon. Es war nicht einfach. Sie erzählte mir, was passiert. Und dann haben sie mir wieder mal Fotos gedrefft oder müssen schicken. Wir haben auch schlechte Fotos bekommen, wo wir mussten sagen, hoppla, da wird ein wenig gepuscht. Und dann hat er das Telefon gegeben zum Kossi. Und er hat dann das in die Hände genommen und hat gesagt, okay, er schaut, dass die Bauerei auf den richtigen Weg kommt. Und die Dame hat mehr Kontakte mit sie. Von Afi schickt sie das Geld. Und sie schickt sie das Geld. Was sie kaufen, sie schreibt alles von mir. Machaka, Afi. Manchmal macht sie das Kalb und manchmal ist sie todernst. Ja. Und dann haben alle zusammen ein wenig Angst vor ihr. Respekt. Respekt, ja, das ist richtig gut. Angst, das ist schon nicht gut. Nicht, Angst nicht. Respekt, ja. Das ist auch nett, dann sind es schon Frauen da, die kommandieren, oder? Ja, das ist natürlich. Die Männer sind ein bisschen ... ... Pfeifen. Ich verteidige jetzt die Männer. Wir haben jetzt gesehen, wie die Männer hier am gefährlichsten Ecken arbeiten. Und da hat sie sehr fleissige darunter, wie unser Elektriker oder unser Architekt. Und die bringen ja den Grosszallt daheim und schauen, dass die Frauen daheim gut haben mit den Kindern. Die Arbeiten an der Decke, vor allem das Betonieren, hat der pensionierte Hauswart aus Sicherheitsgründen selber geleitet. Jetzt hier sieht man eigentlich, wie gross das ist. Ja. Was man von unten fast nicht sieht, und dass da Eisen raus schaut, was man sieht, da kann man weiterbauen. Und da in der Nachbarschaft ist vor einem Jahr nichts gewesen. Das ist alles nur Wiesen und Ackerland gewesen. Weil wir anfangen, zu bauen, die Nachbarschaften machen mit. Das ist ganz alles Neue, ja. Die Spekulationen zeigen, die Erwartungen an die neue Quartierschule sind hoch. Auch bei Jeannette und Benni. Fürs Erste sind sie aber froh, dass soweit alles gut gegangen ist. Das ist eine gefährliche Wollstelle. V.a. wenn du keinen Helm an hast. Ja. Das gefällt mir. Und dann, wenn du schaust, was die für Leitern haben. So. Das ist nicht gleich zu hoch. Aber die machen das ja nicht das erste Mal. Wir haben auch mal ein Opfer gemacht, dass hier auf dieser Baustelle nichts passiert. Wir haben mal einen Geiss. Wir haben mal hier geopfert für die grossen Götter. Das ist eine Tradition. Das ist die Tradition, an der Brustelle, dass es am Ende nie passiert. Wirklich die richtige Geisse erwischt. Für mich ist es auch ein bisschen schwierig, ein Geissopfer. Ja, ja. Und wenn etwas passiert wäre, wäre ich schuld gewesen. Weil ich gesagt habe, das gibt es nicht. Dann hätte ich mich mit den bösen Geistern angelegt. Dann hätte sie gesagt, ja, das ist ein Tohboden. Das ist ein Risiko, wenn ich nicht eingehe. Jowo werden in Afrika die Weissen genannt. Und der Jowo ist gut beraten, sich chauffieren zu lassen. Das ist mir viel zu gefährlich. Und da kommen sie von links und von rechts und haben eigene Gesetze. Also wenn du irgendwo einen Unfall machen möchtest, bist du sowieso schuldig, oder? Wenn du hast die beste Versicherung vor allem. Das gibt mir alle Mühe, dass ich nicht der Geldgeber und nicht der Tourist bin. Ich möchte eigentlich auch hier eine Heimat haben, aber nur eine kleine. Janett ist in Togo geboren. Aber schon vor 50 Jahren kam sie als Kind nach Europa. In Togo hat sie weder Freunde noch Familie. Hier fühlt sie sich fremd und nach nur sieben Wochen Afrika würde sie am liebsten wieder die Koffer packen. Der Winter und der Schnee, so wie mit meinen Freundinnen reden, das fehlt mir bereits. Auch das Meer ist schön, aber etwas fehlt mir. Hier kenne ich Leute, aber es sind keine Freunde. Man plaudert nur. Janett hat keinen togolesischen Pass. Sie ist Schweizerin im Herzen und auf dem Papier. Aber die anderen meinen, du siehst natürlich hier zu Hause. Ja, ja, die alle ist dank so. Die sehen nicht, dass du dein ganzes Leben zu Europa verbracht hast. Ja, ja. Das zeigt man dir eben nicht an. Nein. Janett hat mir verraten, dass sie viel lieber Golfferien in Irland machen würde. Doch Benni zuliebe käme sie nach Togo. Ja, die Winterdauer. Schon. Und für immer habe ich natürlich noch meine Familie in Zürich. Das heisst meine Brüder, und dann habe ich noch ein paar Kollegen, einen Hund und einen Schrebergarten. Dass ich in der Sommerdauer eigentlich auch gerne in Zürich bin. Und natürlich habe ich in Zürich meine Wurzeln. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Für mich ist es genau Ferien. Ferien und ich komme vom Schulbau. So etwas für mich ist es so ferienmässig. Bis heute waren es Ferien, aber mit der Schule ändert sich das. In ihrem Feriendomizil lassen sich Janett und Benni bedienen. Diesen Luxus gönnen sie sich. Ich habe ja ein Leben lang gearbeitet. Und jetzt genieße ich das. Dass ich nicht mal selber Auto fahren muss, mich nicht mal abstressen. Beim Autoverkehr und hier zu Hause haben wir Leute, die uns schauen. Aber wir müssen das auch nicht übertreiben. Wir müssen manchmal selber abwaschen. Also sie haben es bei uns auch gut. Sie sind auch froh, wenn wir da sind. Und nun haben die beiden Stadtzürcher einen wichtigen Termin. In solchen Fällen immer mit dabei ist die gute Fee Schnuckerli, wie sie liebevoll von Janett und Benni genannt wird. Affi ist hier zu Hause und kennt die Gepflogenheiten. Ohne solche Kontakte ist man verloren in Togo. Heute treffen sie sich mit möglichen Lehrern. Es ist ein Bewerbungsgespräch. Trotz langer Ausbildungszeit sind gute Lehrer in Togo Mangelware. Und die Schweizer Privatschule könnte die berufliche Perspektive für die Lehrer sein. Aber noch sind viele Fragen offen. Das tust du schnell fragen, Janett. Einfach, dass die Frage noch im Karton ist. Okay. Janett ist das Sprachrohr. Sie spricht auch Ewe, einen togolesischen Dialekt. Jetzt will sie wissen, wie die Lehrer den Unterricht gestalten wollen. Ich bin ein Stück weit überzeugt. Ich war nie ein guter Schüler. Ich hatte einen guten Lehrer, den ich gut mag. Und den kenne ich heute noch. Aber ... Die Stundenpläne sehen vielversprechend aus. Alle waren mit dem Gespräch zufrieden. Entschieden wurde aber noch nichts. Am nächsten Tag bringt der Grafiker ein Plakat zur Baustelle. Es braucht keine Übersetzung, um zu verstehen, dass hier etwas nicht stimmt. Das ist kein Problem. Das ist zwei Meter. Ja. Und das ist eine Meterzahl. Warum das kommt so? Warum hast du beschissen? Das ist gar nichts, was sie das zahlen haben. Das kommt so. Ja. Das ist ein Problem mit dem Schauspiel. Skälen. Das Interesse betrachtet. Das ist cool. Schauspiel. Schauspiel. Das kostet für die Freunde. $ für 43. Oder Euro? Jägen. Ich bin 4000, was sie ... Das kostet für die Freunde. Das kostet für die Freunde. Oder ein Preis des Jehoots. Ich paye das nicht. Okay, merci beaucoup. Merci. Ein bisschen Schlitzohrigkeit gehört mit dazu. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man bei allem genauer hinschauen muss. Überall können Fallgruben auftauchen. Es braucht Mut und Zuversicht, um in Afrika ein Bauprojekt durchzuführen. Wer schaut zum Rechten, wenn Janett und Benni nicht in Togo sind? Das ist die Gretchenfrage. Und davon hängt der nachhaltige Erfolg der Schule ab, aber auch von der Anzahl von Schülern, die von den Lehrern noch gefunden werden müssten. Nein, wir gehen das sicher nicht. Einfach den Lehrern so, und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir wollen ja die Kontrolle haben, dass es weitergeht, dass das gut funktioniert, dass es auch ein Lebenswerk wird am Schluss. Bis zum Schulanfang im Oktober bleibt noch Zeit für die Abschlussarbeiten und Zeit, um Schüler zu finden. Mittlerweile ist es Oktober. Richi, Bennis Bruder, ist diesmal auch mitgereist. Er ist im Hintergrund am Projekt beteiligt. Aber auch sein Herz schlägt für Afrika. Ich bin schon ein Schweizer, aber ich habe Afrikaner, ich habe es ins Herz geschlossen. Die Art, wie sie im Tag leben, das finde ich auch noch Qualität. Wenn du dir immer Sorgen machst, was ist morgen, was ist übermorgen, dann lebst du irgendwann auch nicht richtig, dann musst du den Tag geniessen. Und jetzt im Alter, wenn du in Basen nie bist, kannst du das machen, wenn du noch im Arbeitsleben bist. Dann musst du eben schauen, was übermorgen ist und so beim Arbeiten planen. Und ich muss es eigentlich nicht mehr planen. Und das finde ich schön. Das ist afrikanisch, ich bin nicht mehr verplant. Das tut mir gut. Richi fotografiert viel und gerne und mit den Fotos gestaltet er Kalender, die er verkauft. Mit dem Erlös wurde die Schule finanziert. Und jetzt zum Beispiel mit Kalender und Spendanz 2010 haben wir etwa bis zu 55'000 Franken generiert. In nur einem Jahr entstand diese Schule. Es hat sich gelohnt. Beim Anblick dieser Kindergesichter sind die schlaflosen Nächte und die aufreibenden Telefongespräche vergessen. Die zukünftigen Schülerinnen und Schüler sind also auch schon gefunden worden. Wolle, wolle, wolle. Unterrichtet wird in der Landessprache Französisch. Das Schulgeld pro Kind beträgt 50 Franken, das entspricht in Togo einem durchschnittlichen Monatslohn. Die Lehrer haben natürlich auch einen Beitrag geleistet, die so viele Schüler zusammengebracht haben. Am Anfang wären wir verrückt, wenn es vielleicht 120 Schüler gewesen wären. Jetzt haben wir ja Klassenzimmer, wo es 60 drin hat. Also es ist eine verrückte Sache, oder? In der grossen Pause bekommen die Kinder etwas zu essen. Drei Frauen verdienen sich hier einen kleinen Zustupf. Eine Portion kostet umgerechnet fünf Rappen. Es braucht ja nicht nur Lehrer. Es braucht auch noch die, die hier wie eine Minza haben. Dass die Kinder hier glücklich sind und etwas essen können. Das hat es auch noch für andere Arbeit gegeben. Und das macht auch noch etwas, wenn man darüber nachstudiert. Und ich sage, super, oder? Richi, der Hobbyfotograf, liebt Kinder. Und diese schliessen ihn sofort ins Herz. Richi bekommt eine riesige Auswahl an Fotosujets für den nächsten Kalender. Es gibt kein Halten mehr, der Pausenplatz der Privatschule Belletwal füllt sich immer mehr. Es ist überwältigend. Mir fehlen fast Schworte. Dass ich das noch erleben konnte, hätte man nie gedacht, vor sieben Jahren. 2010, als es losging mit der WM in Südafrika losging, haben wir die ersten Kalender gemacht. Dann hat sie immer wieder ein Jahr. Und ich dachte, das machen wir jedes Jahr einen Kalender, oder? Und jetzt ist das Resultat. Ich meine, das haben wir nicht gewusst. Wie sich das entwickelt. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Dass es sich jetzt so entwickelt hat, das hat eine Eigendynamik. Das ist ja so. Per Zufall eine Schule gebaut. Letztes Jahr war hier noch nichts und heute belebt eine riesige Kinderschar von rund 200 Schülern die Belletwal. Ja, sehr. Ich bin sehr stolz. Und es macht mich glücklich, wenn ich die vielen Kinder sehe. Auch Benni ist berührt. Auf sie mich ruf! Okay. Mir gilt das gerade CRINE. Ich bin sehr stolz. Es geht bei CRINE. Können Sie die Welt verbessern? Nein, überhaupt nicht. Eine kleine? Ein kleiner Tropfen auf einem heissen Stein. Das ist es. Ich kann helfen, dass einer etwas besser geht, wenn er sonst gehen würde, und dass er eine Ausbildung hat. Vielleicht fährt einer daraus den Schlaumeier, vielleicht auch ein paar von denen. Wir können nochmals stolz sein. Vielleicht gibt es mal einen Nobelpreisträger der hier in die Schule gegangen ist. Ich habe einen gesehen, einen riesen Hinterkopf. Ich denke, da ist noch einiges versorgen. Eine Kapazität, oder? Der Start mag geglückt sein, doch die Nagerprobe folgt erst. Die Direktorin hat einen Doppelauftrag. Den Schulalltag regeln und die Geschäfte mit Janett kontrollieren. Wir möchten im Januar, dass sie alle automatisch auch ein Bankkonto haben. und dass jeder Monat garantiert ist, dass das Geld dort drauf ist. Nicht, dass einer allein das Geld holen muss. Nein. Man muss Geld verteilen, weil es fast ein wenig ist. Aber ja, dann ist es schon völlig. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und doch ... Wir haben etwas gemacht, was wir eigentlich gar nicht gedacht haben. Und dann habe ich schon für mich gedacht, den Mann ... Scheisse. Und das geht nicht. Weisst du, wenn jetzt der Vater oder die Mutter das sehen, was wir gemacht haben, die werden dann stolz über uns. Oder? Wenn. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie geht es? Wenn es in der Sonne des Töcken möchte, es weiss, wenn es in der Sonne des Töcken macht, das heißt, es ist in der Sonne des Töcken. Das ist das ganze Zeit. Du hast es in der Sonne des Töcken. Wir arbeiten. Man wird einsehen. Genau, ja.